Du bist was? Der Zeitwächter! Ähm, ja. Wie gut, dass ich die Aufnahme jetzt schon gestartet habe. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück! Zunächst... Ja? Oh Gott. Ja danke, dann starte ich mich auch jetzt. Ja, mach das mal! Hallo liebe Zuschauer bei Gino! Bin einfach sch... ne? Achso. Ja. Ja, erst mal... Willkommen zurück zu... Valence. Meine lieben Freunde. Ja. Ich hab schon mal gestartet, ne? Also ein bisschen früher. Damit er genau weiß, was hier... ne? Und so. Ja Gino? Ist okay. Guck mal. Boom! Pust mir auf, ey! Schau dich kaputt! Wollte ich eigentlich. Guck mal, so geht das. Respekt! Warum? Wie ist das? Schieß einfach drauf, ist besser. Okay. Okay. Oh, es ist herrlich. So, mal gucken, was hier drin ist. Munition, die ich nicht brauche. Ist gut. Oha! Oha! Äh! Was? Warum nicht? Weil du's kannst! Ich hab das getan! Brauchst du Hilfe? Brauch grad noch ich selber Hilfe. Alter! Alter! Arme, natürlich! Ist der Ömmel drauf! Ist fein, das fein! Was? Wow! Hat der schlecht geschissen? Gar nicht geschissen. Oh! Wir haben eine neue Claptrap-Rettung! Echt? Ja! Geil, du bist super. Ich weiß! Die haben mich übersehen. Und sonst seh ich die immer. Ich glaube... Ich glaube, ich bin Lexa! Oh ne, Moment. Müssen wir in die Richtung. Ich dachte gerade, wir müssen hier rein, aber... Da müssen wir rein für was anderes. Ja! Ey! Hä? Als wenn ich gerade gegen eine Wand gelaufen bin. Gelaufen bin? Oh! Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist gleich ein toter Gegner. Und ich so... Wieso? Kann ich... Oh, die weg. Du, da Junge! Na? Hohohohohohoho! Shino! Weißt du was? So. So, komm, einfach drup hier, ne? Kegel räumt den, äh, Laden auf, ne? Oh, die weg ist nach links. Ne, hier aber nicht abhauen, ne? So geht das nicht. Da töst du noch einer. So. Hab ihn getötet. Sehr gut. Brauchst du, äh... Achso, das Maschinengewehr. Sieh dir das an. 67er Schaden. Ja, gut. Was haben wir hier? Wow, es wird immer besser mit Schaden... Achso, 19 runter. Naja, gut. Wir nehmen's mit zum Verkaufen. Wo ist das Reparaturkit? Ist ja immer gut. Wo ist das? Wo ist das? Ich will Klapp-Trab retten. Das ist bestimmt wieder irgendwie so ganz beschissen versteckt. Unter Garantie. Meinst du? Ich meine. Stell dir vor, die sind immer versteckt. Ne, hier unter ist nix. Also ich kann da jedenfalls nichts erkennen. Ich sag mal kurz die restlichen Kristalle ein, ne? Ja, mach mal. Ich such hier schon mal weiter. Man kann sich ja leider auch nicht an die, äh... Markierung auf der Karte verlassen. Man hat's ja letztes Mal gesehen. Äh... Ich guck hier hinten nochmal eben. Ah, die Kristalle sind fertig, ne? Ja, ich krieg hier gerade Besuch. Oh? Jep. Ich glaub ich weiß warum du wieder fahr'n. Ich hab' über den Mist. Wahrscheinlich durch meine, äh, Dings hier, ne? Nein. Ich hab' hier entfernen. Ich hab' hier ganz viel Spaß. Oh. Oh. Ja genau, lad noch nah, natürlich. Okay, geht noch mal. Äh, ich hab' alles im Griff. Keine Bange. Apparatur gelassen worden. Nein, noch nicht. Was, was kannst du überhaupt? Du musst auf der Wäsche gucken. Halt das schonmal gesagt. Was haben wir hier? Hier ist ein Stuhl. Mhm. Was? Stuhlgang? Später. Ähm... Nanananananan... Ah! Ah! Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da oben ran komme. Mach das. Das war klar! Was dann? Ich da oben jetzt nicht hinkomme, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Alter, bleib doch da oben drauf, du... Sollst du, sollst du dir kommen? Brauchst du Hilfe? Muss doch irgendwie ne Möglichkeit geben, da oben noch raufzukommen. Da guck mal, wo das Ding ist. Siehste da oben diesen kleinen grünen Strich? Warte. Warte. Alles klar. Diese, so hab ich's nämlich auch probiert, aber ich bin ja jedes Mal abgerutscht. Ja, du müsstest als erstes auf die Stange gehen müssen hier vorne. Und eben... Hat ich das nicht probiert? Keine Ahnung. Ich hab's grad gemacht. Naja, was soll's. Wir haben's, Kegel, wir haben's. Ich hab sogar die Mission fertig, nur zur Info. Das ist wunderbar. So. So, dann packen wir gleich mal hier das, äh... Genau, Inventar-Upgrade. Packen wir gleich mit rein, dann haben wir das schon mal drin. Und... Gut, die Säurekristallernte haben wir jetzt erledigt. Äh, wollen wir jetzt mit Kinkiller weitermachen? Können wir machen. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Müssen wir nicht. Hallo. Wir können ja auch die Feuerkraftmarkkorrektur machen. Nö Aber das können wir zum späteren Zeitpunkt noch machen Ja Ja Okay Hier liegt Geld Danke Hab ich da hingeschissen Ach, sehr schön Freunde Ja, mich wundert's Ich habe jetzt fünf Schüsse Auf dieses Schie drauf gesetzt Und nach zwei Schüssen hatte es nur noch ganz wenig Energie Und die Energie ging nicht runter Was Mann Das ist doch nicht wahr Kann man doch sich da reinschießen Ich will da rein Das ist nur die andere Seite Wo ich vorhin auch schon war Das Loot Ja, wir müssen auch Okay Spare die deine Munition für King Vivian Ach, jetzt habe ich ja auch noch den Chat geöffnet Ich wollte nur nachladen Ähm, glaube ich gerade richtig Ich weiß es nicht Ganz außen rum müssen wir Bist du da wirklich Hä? Ganz außen rum laufen wir jetzt erstmal Ja, aber hier war ich doch schon Da sind wir vorhin hergekommen Wir müssen noch weiter Gerade raus Ja, ich habe auch gar nicht auf die Karte geguckt Ja, klar Alles gut mit dir? Ja, ja Brauchst du irgendwie so ein Sauerstoffgerät? Nee Oh Jetzt schon einer Kriegen wir Bieten Okay, ich mach das mal eben Ja, ist der weg? So Bitte was? Der ist nicht weggelaufen Der doch nicht Na, was haben wir da? Schenk ich dir Ah, zum Verkaufen Können wir machen Ich will denn hier hin Den nehmen wir auch mal mit Nein, da will ich nicht runterfallen Aber wie kommt man denn da unten rein, da hinten Irgendwo ja hier Wo willst Wo willst denn du jetzt hin? Da wo die Da wo du du da 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 Wo wir eben vorstanden Dahinter war ja noch genug Äh Equipment Da war nichts besonderes mehr hinter diesem Ventilator Da war aber Items Naja Wenn du da unbedingt nehmen willst Ich möchte da Geh Geh mit Gott Aber geh Ach, das war hier So Müll Schrott Kriegel Warum hast du nichts gesagt? Wenn du mir immer zugehört hättest Dann wärst du längst schlauer gewesen Was? Ja Geh mal vor Naja Naja Schau Will ich noch Kohle Oh Shotgun mit Naja Nicht so ganz das Ware Was ich äh Was ich äh Ne Meinst du? Joa, mein ich Okay Das meh nicht so wie es ist Du meinst wirklich, dass wir jetzt hier noch rauskommen Ja Ich folge dir jetzt einfach, ne? Ja Wenn wir uns verlaufen, gebe ich dir die Schuld Und wenn nicht Dann nicht Krieg ein Geld Nö Dann krieg ich dann Rechner Hau nicht Du krieg ich dein Du kriegst sonst einen Schlag mehr wie sonst, aber diesmal nicht Ein Stützel So Ach mal wieder Ladescreen Halt sie beim Aufheben, Frau, muss ich schon eh gedrückt Umliegen, umliegende, muss ich schon auf einmal aufzuheben Man soll eh gedrückt halten? Ne, man soll nur noch überran Das wäre mir nämlich neu Oh Hey, geht Bestimmt gut So Ähm Warten, warten sie mal ganz kurz, Herr Gino Ja Ähm Wir hätten jetzt noch eine Mission hier, Feuerkraft Genau, die machen wir Und dann noch trifft den verrückten Earl Wir machen die Feuerkraft, weil das ist Trifft den verrückten Earl, ist die Hauptmission Und die anderen sind noch neben Missionen, deswegen Gut Dann hauen wir auch mal rein Gleich schlafen Ja Gut Ich enthalte mich da jetzt der Stimme What the fuck Also diese Giftviecher sind aber sehr schwer zu besiegen Hast du eine Waffe mit Gift? Ja Egal, oh Gut für mich Nimm Wollte es gerade schon aufnehmen, aber ich dachte mir so Neee Warten mal lieber Zügellose Abhilfe-Skill Also Regeneration Ja, wäre nicht schlecht Ja, hab ich reingemacht, also Kannst immer schön vorne stehen Sehr gut So, äh Ach, war ich dich? Ich weiß es nicht Nein Warum nicht? Doch Sag nicht erst nein Vielleicht Mal gucken Boeben Von Huch! Uh! Auf, hau, auf, auf, du nehm ich immer. Ey, ich find's überhaupt nicht gut, dass die alle so aggro sind, ne. hat gesagt ja kommen wir mal mit der was genau Was wollten sie gerade sagen? Ich habe sie nie richtig verstanden. Kuchen. Was, jetzt ein Stück Kuchen? In diese Zeit? Ja. Gino, es ist gleich 20.30 Uhr. Ja und? Kann ich auch anfangen zu trinken? Ein Bierchen wäre jetzt glaube ich nicht schlecht. Nö. Ein Captain. Äh, ein Captain. Dann. Captain Cola mit Captain Morgan, ne? Ne, mit Energy. Boah. Bisschen du drauf. Guck mal, deine Energie, wie sie wieder auflädt. Ja, ich sehe es. Ich finde es toll. Ganz toll. Ich bin begeistert. Ich freue mir gerade einen Keks. Was haben sie getut? Nix. Warum läst du eigentlich so weit vor? Weil ich nicht da will. Sind wir schneller. Gut. Ich mache nichts mehr. Hahaha. Arena. Arenen. Gibt es überall auf Pandora. Da kannst du in organisierten Kämpfen gegen Freunde empfehlen. Freunde? Du meinst Feinde. Warten Sie kurz. Ich muss Ihnen was sagen. Gut. Dann mache ich allein den Schnitt. Wie, schon wieder 20 Minuten um? Ja. Alter, was machst du mit der Zeit? Sag mal. Kaffee trinken. Du flötzten Kopf. So, ich brauche erstmal hier neue Munition. Ähm, ja. Dann, äh, mach die Abmoderation. Tschüss. Ja. Gut. So geht es natürlich auch. Ähm. Dann mache ich es auch mal so. Tschüss.